Servus zu einer neuen Aufnahme Müsbusters. Wir haben heute wieder einen Mythos vor uns, von dem ich nicht weiß welcher es ist. Wir schauen jetzt mal kurz mal rein. Das sollte ich noch einstellen. Hier haben wir bereits alle durch und hier unten haben wir noch drei. Wir haben das Raketen-Auto V3, letzte Action-Held, rette drei Test-Attrappen, fordert Zerstörung, keine Zeitverschwendung, reiche 400 Punkte innerhalb von zwei Minuten und 15 Sekunden und lande erfolgreich auf der Insel. Okay. Raketen-Auto würde ich mir für Montag aufheben. Vielleicht machen wir auch die Zeitverschwendung nicht, ich weiß nicht. Wir nehmen den letzten Action-Held heute. Und dann füllen zu 16 Prozent. Das sind 50, das sind 25. Und hier aus 25 dürfte hier sein. 9 Prozent. Okay, wir dürfen eine verschieben. Okay, was kriegen wir raus? Es werden 10. Wir müssen eine 5 draus bilden. Das macht keinen Sinn. Ich mache eine 3 draus. 5 plus 1 sind 6. 3 plus 3 sind 6. Also ich wähle hier hin. Den kann man rundherum, dann haben wir den hier. Gut. Den und den. Und den dazu. Okay. Okay. Machen wir erstmal das untere fertig. Zur Seite. Ah, okay. Ah, okay. Machen wir mal nach oben. Das brauche ich nicht. Ich brauche hier. Moment, bin ich komplett daneben. Ja, bin ich. Ja, bin ich. Ich brauche hier. Nur 20. Okay. Wenn ich weiß, worauf es ankommt, kann ich das machen. Du zur Seite. Du hier hin, du hier hin. Du runter. Du hier hin, du hier hin. Einmal verschieben. Dann haben wir es. Nicht gesehen gehabt. Wann ist hier ein zerbrechendes Objekt, sobald er es durchquert. Wenn ich den hier, ich sage mal so, ich starte den hier. Er ist halt, er fliegt hier durch. Kommt hier an, wird zurückgeblattet, deportiert, geht hier hin. Das ist blöd. Wir gehen hier durch. Der verschwindet. Der ist aufgetaucht. Der Ball kommt zurück. Fahrt hier dagegen. Genau, das ist die richtige Variante. Diese Richtung. Dafür. Dann haben wir das. Dann schauen wir kurz unsere Tagebuche an. Letzte Action halt. Bereite die Granate, das Dynamit und den Zivilsprengstoff vor. Okay. Und baue drei hölzerne Attrappen. Wenn du bereit bist, platziere alles so auf dem Versuchsgelände, dass keine der Attrappen durch die eintreffende Explosion beschädigt wird. Wir wollen acht Testattrappen. Nicht drei, nicht fünf, nein, wir wollen acht. Besser haben ein bisschen was zu tun. Gut, dann nehmen wir uns die nächste Seite vor. Das ist nur ein Überblick, der interessiert nicht. Das wollen wir herstellen. Haben wir alles? Alle Gegenstände sind bereit. Abschließen. Fertig. Gut. Nächstes Teil. Dynamit. Zeige die benötigten. Haben wir alles? Alle Einschlüsse sind bereit. Fertig. Nächste Seite. C4. C4. Die haben wir noch nicht gehabt. Genau. Holen wir uns jetzt. Achso, gehen kurz noch mal weiter durch. Großartes Testmodell. Davon brauchen wir noch ein paar. Müssen wir kurz nachschauen, wie es aussieht. Es gibt verschiedene Varianten. Ich glaube, wir haben das letzte Mal mit drei gehabt. Ja, das heißt, uns fehlen noch fünf. Die bauen wir auch noch zusammen. Holzbrettstücke. Das ist okay. Kleine Leiterplatten ist okay, wenn wir es brauchen. Testgelände ist okay. Erfordert einen Start. Noch fahren wir alles. Sind wir durch. Ähm, ja, wie immer. Ich habe einmal die Rakete mitgenommen. Seitdem taucht die immer auf, wenn ich lade. War ein Fehler. Aber da seht ihr, ich habe nicht neu gestartet. Sondern... Wurde auch nicht neu gemacht, alles. Gut, das Teil ist weg. Wir haben gesagt, wir brauchen Piezo zu nur vier Stück. Piezo. Hier. C4. Und... Nee, jetzt müsste die hier irgendwo gewesen sein. Granaten. C4. Vier Stück. Fünf elektronische Komponenten. Eine mittlere Leiterplatte. Was willst du oben haben? Du brauchst ein End. Okay, wir brauchen beides. An. Okay. 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 Was machst du? Okay. Du blockierst auch nur wie ein Not. Okay. Wir kriegen raus. Wir leiten das hier weiter. Okay. Okay. Das macht keinen Sinn. So standardmäßig aus. Werde ich aber nicht. nicht. Gut. Okay. Wir haben auch. C4 Ladung. Tieren. 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 irgendwie. Das ist doch hier aber eine Seite nicht drin. Kann das was ja alles tun. Ich habe jetzt direkt zehn Rollen gekauft. Ahh. Inventar. Sortieren. Achso. Hehe. Es ist ein Werkzeug. Mein Fehler. so viel brauche ich davon nicht gerade mal eins, falls es notwendig wird gut das heißt und der hier noch ja, kleben wir fest gut haben wir auch ja, lassen wir da oben dann schauen wir uns kurz noch mal an ich habe dann werden wir weiter Testmodell wir haben bereits alles wir brauchen Holzbretter Holzbalken Nägel ich möchte noch fünf haben bedeutet sechs zehn Balkenstücke Holzbalken ich habe es ein paar mal machen wir sechs Stück Holzbretter sechs mal 15,30 22 vielleicht wird es was Nägel die muss ich so holen äh, Moment ich habe vergessen nachzuschauen Nägel 8 sind 40 komm mal wo ist ein Kauf dann haben wir es auf jeden Fall zusammenbauen zusammenbauen schauen wir kurz mal nach was ist ein Metallbaste, okay ich muss es auseinandernehmen z auch hier Holz Schiene ist nicht bei Betriebsbreiten kommst du da drauf ich will Holz sägen dann wollen wir benutzen Holzbretter Goldene bringt zwei dunkle bringt eins wird normal mit letztes mal was drin ja ich glaube war nix waren nur drei nach was man anstellen können ich will fünf bauen das modell wir machen einmal cobalt sie nehmen aber wenn es irgendwo hinschmeiß verlieren muss was ich muss das hier reinbringen final Ja. So. Rein. Nehmen. Zwei, fehlen noch drei. Das ist noch gerade hier. Das ist noch gerade. Auch mit. Eins, zwei, drei. Wählen noch zwei. Das ist noch gerade. Das ist noch gerade. Gut. Ich hoffe mal, dass das alles noch da ist. Genau. Ich habe 15. Ich habe eigentlich genug. Okay. In der Mitte nehmen wir. Schauen wir kurz noch mal an, ob wir jetzt alles haben. Ich habe fünf weitere Gruppen, wir hatten drei, jetzt haben wir acht. Gehen wir mal weiter, haben wir sonst noch was herstellen müssen. Dann zeige ich schon bereit, das ist okay. Ach, Testattrappenhammer. Das heißt, wir schnappen jetzt unser kleines Wegchen zum Schießplatz. So, Leute, wundert euch nicht, ich habe ein neues T-Shirt an. In der Zwischenzeit sind in der Zwischenzeit sind in der Zwischenzeit sind ein paar Tage vergangen und daher wünsche ich euch ein gutes Neues. Das heißt, die alte Folge war noch im alten Jahr vor Weihnachten aufgenommen, also teilweise hervorkommen ist gerade eben. Ich hatte ein paar Probleme und zwar mit dem Schießplatz hier. Ich kam nicht mehr drauf, ich hatte zu viele Gegenstände hier und durch die extra Trappen ging das Ganze nicht mehr. So, ich packe einmal hier aus. Die Figuren haben sich geändert, die Popularität oben hat sich geändert, genauso wie mein Budget. Da hast du sehr gerne, seht ihr, dass ich wirklich was getan habe. Ich habe das ganze Spiel nochmal für euch nachgespielt und habe dabei einige Fehler ausgebügelt, die ich gemacht habe. Konnte nicht alles ausbügeln, aber naja. Und die letzte noch. So, es könnte sein, dass ich nochmal... Ich möchte dich hier... Und dich hier frisch platzieren. Warum werdet ihr fragen? Es steht nirgendwo dran, wo es sein muss. Tipp, starte, ja. Die Zonen ist okay, aber es steht nirgendwo dran, wo ich die einfach platzieren soll. Von daher... ...werde ich es mir einfach machen. Sortieren wir kurz mal. Genau, ich darf die platzieren, wo ich es haben will. Fangen wir mal mit den kleinsten hier an. Nein. Nehmen wir die nächste hier. Und den absoluten Knaller direkt... ...vor meiner Haustür. Hä? Ah, wo ist auf der 6 gelandet. Gut. Ihr seht es, ich bin ja fast selbst davon betroffen, in der Stelle. Dann kurz bevor die Frage aufkommt. Warum habe ich nicht einfach einen alten Save-Game-Rankland? Ganz einfach. Hatte keinen. Und zwar ist das Ganze in... ...müß war es das so. Es wird ein einziges Spiel schon angelegt. Und auf den speicherst du dauerhaft. Und du kannst dich nicht entscheiden, einen anderen anzulegen oder sonst was. Mann. Das ist etwas blöd. Mehr als etwas. So. Aber wir haben hier alles soweit jetzt fertig vorbereitet. Hoffe ich, dass es jetzt passt. Das heißt, wir starten. Genau. Warum ich das gerade gemacht habe? Ich habe hier hinten einen klitzekleinen Block. Den kriege ich nicht geregelt. Und den möchte ich frei haben. Dazu musste ich allerdings... Na komm. So, jetzt passt das Ganze hier wieder besser. Klar macht das Ganze auch hier Sinn. Dann stellen wir erst mal unsere Abkameraden auf. Ne. Da kommst du hier hin. Du bist im Doppel-Doppelschuss. Du bist hier auch. Dann kommst du hier hin. Du brauchst nichts. Du stehst einfach da hinten rum. Dann hätten wir hier noch einen. Und hier noch einen. So. Wir haben blau. Das heißt, überall wo es im blauen Bereich drin steht, dank Holz. Blauer Bereich. Holz. Da es sich bereits das nächste ist. Hier ist eigentlich Metall. Dann haben wir die Absperrung hier. Da hätten wir Holz an dieser Stelle. Und hier kommend wäre es im gelben Bereich. Da lang, Plastik, also Kunststoff. Hier sind wir einfach frei wieder bei Metall. Da hinten zweimal Kunststoff. Hier brauchen wir Holz. Schauen wir mal kurz mal nach. Der ist geschützt. Der ist außerhalb der Reichweite. Der ist geschützt. Der ist geschützt. Der ist geschützt. Der ist geschützt. Der hier ist sehr gut geschützt. Und der ist geschützt. Gut. Dann bitte einmal. Hoffen wir mal das Ganze. Okay. So, da kommt ein bisschen was runter. Haha. Yes. Alles geschafft. Wir beenden das. Wir gehen kurz nochmal raus. Schauen uns kurz nochmal an, was passiert ist. Alles. Das hat es zerstört. Hier muss alles runterkommen. Alles ist okay. Alles gerettet. Sehr schön. Das heißt, wir beenden das Experiment. Wir alles wegwerfen. Wir haben hier nichts mehr. Hier ist auch alles aufgeräumt. Sehr schön. Wir haben ja eigentlich hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Ja. Genau das ist der Punkt. Und wir fahren zurück nach Hause. Und wir fahren zurück nach Hause. Wir gehen einmal hoch. Zu uns. Den schauen wir uns gleich an. Wir gehen einmal. Lassen wir ganz nach hinten. Wir haben es. Wir haben es. Confirmed. Sind wir uns einig. Dann hätten wir einmal ein Folgenbonus. Hätte ich die Modelle gebaut. Das Ganze bringt halt jede Menge Geld. Wenn es geht, hätte ich am Ende gerne noch ein paar. Einfach Wasser hinzufügen, wäre zu schön, um wahr zu sein. Fuchtlos. Schauen wir kurz mal nach. Sonst noch haben wir perfekte Plan. Volltreffer. Sicherheit geht vor. Ich arbeite nichts mehr sonst mit 15. Alles nur 10-Minuten-Teile. Tools-Up bringt man. Ja, das ist nett, das ist voll. Perfekte Plan. Nein, die Modelle können wir hier. Perfekte Plan. Schauen wir uns kurz mal an. Wir nehmen Handwerker hier rein. Machen wir so. Oder? Jeder perfekte Plan passt nicht. Sicherheit geht vor. Allerdings machen wir das Ganze so. Sind wir bei 15 Minuten. Zeichnen wir die Episode auf. Ich darf ja keinen weiteren Treiber hinzufügen. Tja. Dann gehen wir auf Mailbuster. Vielen Dank. Kati Becker schreibt, vielen Dank. Ich bin ein Fan eurer Show. Ihr überrascht mich jedes Mal aus Neu. Die Dinge, die ihr anstellt, damit es alles funktioniert. Es ist verrückt, wirklich. Ihr müsst doch von Zeit zu Zeit müde sein, wenn ihr all diese Experimente macht. Es gibt noch viel zu lernen. Trotzdem werde ich weitermachen. Mit jedem Versuch und jeder Folge, die ich mir anschaue, bekomme ich mehr Ideen und Einsicht, wie ich meine Entwürfe verbessern kann. Ich werde immer besser viel Glück bei eurem nächsten Projekt. Kati Becker Dann haben wir Viktor Bauer. Hallöchen. Ich habe mich total in eure Show verliebt. So richtig. Der ganze Aufwand, den ihr für euer Programm betreibt, ist etwas ganz anderes. Die ganze Pyrotechnik lässt mich in Ohnmacht fallen. Es gibt so viele Mythen zu testen und so wenig Zeit für alle umzusetzen. Ihr habt wirklich Glück, dass ihr eure Fortschritte der breiten Masse präsentieren könnt. Macht weiter so. Ich finde es toll, was ihr mit Alltagsgegenständen und ein bisschen Wissen anstellen könnt. Statt Gregor Keller. Ich habe diese Zeit und Hingabe, die mich monatelang in die Sendung gelockt hat. Und ihr habt diese Zeit und Hingabe, die mich monatelang in die Sendung gelockt hat. Das ist einfach so viel Katschau drin. Verstehst du, was ich sagen will? Ich meine, ich kann mir gar nicht vorstellen. ist das ganze Energie in euch zu sehen. Ich kann sprühen, wie das Adrenalin pumpt. Gute Show, alles Gute. Gut. Dann haben wir einen weiteren Fähigkeitenbomb. Wie ihr das letzte Mal gesehen habt, ich war das letzte Mal nur hier vorne. Ich habe hier viel gemacht in der Zwischenzeit. Wir gehen. Das ist etwas, was ich gar nicht will. Da wird es dran. Das brauche ich nicht. Zusammenbau. Der Kauf eines Satzes verschiedene Bohrer-Bits für deine Baumaschine, weil es ist das beste entscheidende, das Leben ist alle. andere Schrauben lassen sich für uns schnell eindrehen. Wir machen guten Berg. Der Drucker projiziert das Waffen. Ist ja klar. Aber es ist noch gar nichts. Du hast schon seit Jahren eine Kanon-Drucker, die für den 3D-Druck wirklich zu 100% reduziert. Möglichkeit freischalten. Ich weiß nicht, was das bringt. So. Aber Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.